Ja, ja, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Wow, kam man nicht irgendwie die letzten Tage schon zwei? Also, ich wollte mit dem Kanal natürlich noch was anfangen. Der ist jetzt natürlich relativ tot gefühlt, weil nicht mehr so viele schauen und halt auch kaum Videos kommen. Das möchte ich ja nicht. Ich habe eigentlich Bock auf Videos. Das Problem ist, wenn kein Output kommt, dann habe ich auch keinen Bock, Input in die Videos zu stecken. Also, meine Ideen sind aktuell folgende. Also, ich habe einige Videos von dem ehemaligen YouTuber Zeronik. Und die möchte ich gerne hochladen. Hoffentlich werde ich nicht gestriked. Aber, da werden wir bestimmt schon eine Lösung finden. Die werde ich nochmal hochladen. Sind ein paar. Dann wird es ein Stronghold 2 Let's Play geben. Ich liebe dieses Spiel. Das ist halt ein Teil meiner Kindheit. Und werde das Let's Playen und hochladen. Und dann wahrscheinlich noch zu einem ganz alten Spiel aus meiner ganz frühen Kindheit. Das nennt sich Fire Department. Ist so ein Echtzeitstrategiespiel mit Feuerwehr. Und ich finde das ziemlich cool. Sonders für die Zeit, Alter. Und das ist so der Plan eigentlich. Danach wird es wahrscheinlich mal wieder ein Battle geben. Mal gucken. Ich habe noch ein paar auf meiner Platte. Die ich auf jeden Fall mal hochladen wollte. Die schon ein Jahr nachher umliegen. Und vielleicht mal wieder ein Fahrerhochprojekt. Mal gucken. Leider habe ich aktuell nicht so viele Leute, die mit mir zocken würden. Da der ein oder andere aufgehört hat. Was hier auch noch eine Idee wäre, war vielleicht ein Video mal bei Flo zu machen. Beziehungsweise ist es kein Briefwieder. Sondern einfach mal so eine Dankestag. Oder so eine Historie. Was uns schon ausgemacht hat. Andererseits wollte ich auch noch mal allgemein so ein Format bringen. Wo ich verschiedene Freunde von mir, mit denen ich früher gezockt habe. Wo auch der ein oder andere in manchen Videos vorkam. Einfach mal zu bewerten. Wie habe ich den Menschen kennengelernt. Wie finde ich ihn. Wie habe ich heute noch Kontakt mit ihm. Und sowas alles. Und darauf hätte ich eigentlich auch Bock. Das ist so der grobe Plan, den ich habe. Also als erstes wird jetzt wahrscheinlich dieses Info-Video kommen. Dann wird es wahrscheinlich die Re-Uploads von Zoronic gehen. Die ich gefunden habe. Und dann wird es wahrscheinlich ein Stronghold 2 und Fire Department Let's Play kommen. Oder das verschiebt sich nach hinten. Und zwischendurch kommt noch ein Battle bzw. Waro-Projekt. Je nachdem wie sich das entscheidet. Ich habe mich bis jetzt noch gar keins beworben. Wir haben gerade den 13.07. Und mal gucken wie sich das dann wieder geflecht. Bewerbe ich mich nochmal mit irgendjemandem auf dem Waro-Projekt. Wir werden mal sehen. Haut rein. Lass eine Bewertung da. Und schaut bei den Re-Uploads vorbei. Und schaut bei den Re-Uploads vorbei.